Rise and fall Okay, also geradeaus, ja? Ja, genau Ich nehme die Trühe links, okay? Also du nimmst die normale Okay Okay, dann nehme ich die rechts Nein, du nimmst die geradeaus Ich habe ein Eisen Ich habe ein Steinschwert Okay, ich habe ein Eisen, ich habe ein Eisen Ich habe auch ein Eisen Und ich habe einen Flint, also Nice, nice Ich habe keine Skicks Ja, komm schon noch Boah, Alter Ich rieche die Po-Runde schon Das ist gut Aber ich werde jetzt nie wieder versterben Nein Ich werde nie wieder sterben Aber dann lache ich Dann lache ich mich selbst aus Nein Schaffen wir schon Jetzt verkacken wir nicht Nein Wir können nicht verkacken Das ist unsere Da kommt jemand da hinten, den kill ich mal kurz Hast du schon eine Waffe? Ich habe ein Steinschwert Achso, nice Oh, oh, nice, nice, nice Äh Ist hier eine Kiste? Ne Ich verfolge den mal kurz Ich gehe mal nach oben Ja Hier ist keine Kiste Was? Sind denn alle Kisten? Ich weiß es nicht Ich habe ein Steinschwert, okay Nice Nice Dann versuch du mal noch ein paar Kisten zu looten Ich hole mir die Schweine dabei Okay Und verteile euch dann das Essen Ich habe ihn gekült, er hat ein Holzschwert, gell? Nice, dann haben wir ja alle eine Waffe Alter, 414 Punkte einfach mal What? Was? Was? Ist relativ viel Jo So wie für mich nicht Nicht mal nicht Ich habe noch ein Steinschwert Oh nice Wo bist du denn? Ich bin nach oben gelaufen, Moment, ich komme runter Es liegt einfach da auf der Treppe hier Habt ihr schon alles gelootet? Oh, okay Oh, okay Ja, ein Steinschwert Wir haben ja mal OP-Rüstung, ey Ja Ja Okay Gleich so ein Helm Ich habe schon eine Trühe an, nicht gelootet Ist hier irgendwo auch ein Crafting-Table? Gute Frage Braucht die mal von euch essen? Ich habe selber essen Jo Mir kannst du etwas abgeben, so viel habe ich nicht Ja Oh, nice, okay Dann gehe ich gleich mal weiter Jo, ne, da hinten ist nichts mehr besonderes Ich würde sagen, wir gehen sogar gleich wieder runter zum Essen Achso, okay Machst du schon? Ja, so circa Das größte Oh Keine Ahnung, wir sind noch hin Äh Ich folge euch einfach beide mal Jo Also ich persönlich habe jetzt nicht die perfekte Route hier Ich habe eigentlich gar keine Route hier Ich habe die Map mal mit den beiden gespielt in deren Aufnahme Schaut auf jeden Fall bei deren Kanal dann vorbei Ist natürlich unten verlinkt Und bei der Runde hatte ich halt ein Dearschwert und fast full Iron und das ist so einfach die Runde meines Lebens Das sind wundervolle Hier ist jemand Oh, O Eines von uns Einer folgt uns Ertenkelt Eh, ein Stick, ein Stick, ein Stick, ein Stick, ein Stick. Ja, nice. Äh, Eisen. Warte, ich geb dir mein Eisen. Hier. Hier. Okay, danke. Oh, danke. Oh, danke. Dann crafte ich mir das der Regen in der Mitte. Ja, genau. Ich komm mittlerweile mal den anderen Typen hier. Ja, ich beschütze dich ganz kurz. Komm, komm, komm. Achtung, Igor, es kommt noch einer zum Essen. Aber dauert wahrscheinlich noch. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich hab ein Eisen. Komm mal mit. Moment, ich ordne nochmal mein Essen. Okay, jetzt bin ich bereit. Ja, siehst du mich? ist er dich, ist er dich. Ja gut, den... Puh, also... Läuft jetzt. Wow, wow, wow. Nein, 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 aus, 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 aus. Mach Sitz, aus. Nein, nicht brav. Ich ess tot. Er hat Übel geleckt. Hast du vielleicht ein bisschen Gewürztung für mich? Ja, hier, das da, das da, das da, das da. Das hier, bitteschön. Sticks kannst du auch haben, er hat eine Angel gehabt, er hat noch ein Eisen gehabt. Sehr nice. Ja, er hat 64, er hat 32 Karotten gehabt, 64 Weizen, also... Geh mal kurz ein paar Karotten einfach ab an uns alle. Hier, bitteschön, Weizen könnt ihr haben, Weizen hier, bitteschön. Hier oben ist jemand. Gönnt euch. Leute, hier oben ist jemand. Ich komme. Okay, war auf alle Fälle schon mal sehr nice hier, unsere Kass. Ja. Oh. Geht's, Igor? Jo, jo. Ich kenne ihn. Ich habe ihn erschönen. Ich mache ihn, wenn ich habe, Stauber. Gut, dann gehen wir mal zu Born, oder? Eeeh, Igor hat einen Brossner... Nee, ich bin Brossner nicht, Igor. Oh, da ist jemand. Okay, ich komme, ich komme. Aber der hat gar nichts. Also, hier sind lauter Leute, die einfach mal nichts haben. Die sollen einfach ihr Leben, ne? Ich weiß nicht, was die, was deren Ziel ist. Oh, jetzt zieht er was an. Oh, 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 oh. Was ist, was sind das für Leute? Ernsthaft? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, die spielen vielleicht irgendwie, was das ist, erster Mal und das wurde so. Ach so, die Nothing Challenge. Ja, genau. Ich gehe gleich links. Ja, mach das. Jo, sehr nice. Moment, nein, ich bin ein bisschen zu kurz. Oh, komm, den kriegt er, den kriegt er, den kriegt er. Ja, wenn er so doof ist und hier lang geht und nicht weiß, dass... So, nice. Den haben wir jetzt. Ein Feuerzeug, sehr nice. Braucht noch Igor, ne Angel? Ja, ich. Einen Angel habe ich. Ich auch, sehr gut. Hier drin ist immer eine Kiste, oder? Ne, da liegt es. Irgendjemand hat doch einen Bogen, oder? Da ist ein Helm für dich, Igor. Ja, ich habe einen Bogen, ich habe einen Bogen, ich habe einen Bogen. Ja, der eine Pfeil. Ja, gut. So. Ah, da seid ihr lang. Moment, wartet auf mich. Und nicht wieder in den Brunnen fallen, gell? Ja, genau. Pass auf, Igor. Nein. Was ist los? Ne, ich habe nicht Spaß gemacht. Ach so. Nein. Oh, oh, oh. Ah, nein! Oh, da war so eine Kiste. Wartet. Weil es ist sogar so, dass man nicht viele Kisten. Geil. Okay, da war jetzt eigentlich nicht so viel drin. Okay, da war ein Apfel drin, aber sonst nichts Besonderes. Ja, Essen haben wir jetzt eigentlich genug. Ja. Wir könnten mal zu den Tiki-Taka-Totems gehen, oder wie auch immer die heißen. Äh, wo seid ihr denn hin? Äh, Spawn. Okay. Ich hoffe, ich finde da mal den Weg hin. Spawn ist relativ genau in der Mitte. Wir können auch einfach chillen am Spawn. Ja, da kommen eigentlich die Leute immer hin. Spätestens. Was hat ihr? Ja. Wow. Oh, nein. Ich habe dich ja da angelt. Gut. Gut. 2L. Oh, 5 Minuten noch, oder? Nee. Wartet doch jemand? Bei 17 Minuten, äh, Rechtszeit ist doch Chest-Refeel, oder? Ja, genau. Ja. Ja, noch 5 Minuten. Da ist jemand hier hinten. Wow. Wow. Oh. Oh. Ich sehe ihn. Na, komm, hinter. Der hat wieder nichts. Ja. Nur ein Helm. Nur ein Lederhelm. Lol. Ja, wir haben halt den ganzen Loot hier bekommen. Ich wusste dich mal, Igor. Äh, Igor. Ich sag mal, Igor. Tut mir leid. Das ist nur noch jemand, okay. Wow. Aufentzug da. Ja, ich habe ihn wie Kälte. Weiß. Hat er irgendwie was so Besonderes? Nee, nur eine Ongel. Sonst nichts. Okay. Wo ist jetzt der... Also, wenn einer von euch noch ein Eisen hat, dann kann einer noch ein Eisenschwert machen. Ich habe schon mal Feuerzeug und ich könnte auch noch ein Feuerzeug craften, wenn ich noch ein Eisen. Also theoretisch könnten wir auch ein Feuerzeug craften. Falls einer das braucht, dann können wir das machen. Wow, der hat ja. Pfeile, cool. Er braucht jemanden Buch? Ich schreibe das Buch nicht unbedingt. Hier, ihr habt es doch beide Pfeile hier. Ja. Oh, danke. Nice. Hat irgendjemand von euch noch zu viel Essen? Äh, ja, hier. Da. Da. Ups. Buch und Feder. Ja. Seite 1, 2, 1. Ich bin Kai. Signieren. Nein, ich lasse es jetzt lieber. Okay. Möge derjenige dein, der das Buch gehabt hat. Ja. Ja. Dann noch drei Minuten. Oh nein. Das ist zum Test, wie viel? Sollten wir schaffen. Also. Danke für den Boost. Bitteschön. Dann bekommen wir wahrscheinlich auch noch ein Tierschwert. Ja, das wäre nice. Wenn wir kein Pech haben. Ja, aber. Nein, ich habe meine Augen gedroppt. Au, jemand hat den Button betätigt, dass die Spawn-Teile jetzt so rauskommen. Diese Lampen da. Oh. Geil. Boah, jetzt habe ich mein Schwert rechts geklickt. Nicht die Angel. Oh, nein. Ah ja, und Leute, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Also, hab ein bisschen Schnupfen und so. Äh, hoffe, das hört man nicht jetzt zu. Äh, ja. Aber. Ja, ich hoffe es geht. Meine Wust ist jetzt zum Beispiel schon jetzt eigentlich ganz gut weg. Jetzt dann war es zum Beispiel ganz heftiger. Ja, ich war auch angeschlagen jetzt die letzte Zeit ein bisschen. Geht halt scheinbar wieder ein bisschen rum. Ja, braucht eine von euch ein Lederhahn oder so? Nein. Ich brauche nur Hose und Schuhe. Ich brauche nur Hose und Schuhe. Ich habe eine Druckplatte. Ich habe halt mal eine Druckplatte. Nein. Hier ist jemand, hier hinten, zwei Leute scheiße. Ja. Ich muss kurz essen noch. Ich auch. Dann komme ich. Jo. Die kriegen wir auch, die kriegen wir auch. Ja, aber sie sind zu zweit, also aufpassen lieber. Ja, die wollten Chest refill all, auch. Es ist ja erstens, zumindest wann Chest refill ist. Ja, solche Pros. Oh, oh, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Oh, pass lieber auf, Getschen über. Ja, ich habe noch keinen einzigen Hit bekommen. Ja, ich muss auch. Ich laufe dem andermal hinterher. Ja, sehr schön. Oh, das ist der. Oh. Ich habe ihn verlaufen lassen. Hast du noch verliegen? Nein. Entschuldigung, Bauch. Komm, 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 den kriegen wir hier. Der ist nicht so gut, den kriegen wir hier. Ja, aber gleich ist Chest refill. Ja, ich glaube, ich gehe lieber mal zum Chest refill. Ja, einer sollte gehen vielleicht. Jo, mach ich. Nicht verfolgt dabei den weiter. Ja, okay. Der andere ist es leider nicht. Ja, wenn sie sich über einsteht. Jo, ich bin hier. Sehr schön, so viel, mal aufzubekommen. Ich habe es ja keine Pfeile mehr, sonst hätte ich die Flächen. Einer hätte ich nicht. Okay, okay, zwei, 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 zwei. Ja, okay, ich warte. Dann komm lieber zurück, Juniper. Ich will den aber auch jetzt eigentlich noch gerne. Okay, 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 okay. Dann gönnen den. Ja, oder andere kommt, okay. Ihr holt euch die Sachen und gibt es mir dann was. Ja. Ich schülle, weil kurz den anderen lieber mal. Okay, dann hole ich mir die anderen Sachen. Jo. Eisenhelm, nice. Noch ein Eisenhelm, noch ein Eisen. Nice. Oh, Eisen-Chef. Noch ein Eisen. Okay, sonst war er eigentlich nicht besonders drin. Ich verfolge jetzt einfach mal den anderen. Also ich habe jetzt drei Eisen, kann für einen ein Eisen-Schwert machen. Ich habe keine Sticks leider. Ich habe welche. Okay, sehr gut. Und hier ist auch noch Essen und so drin. Der Husten ist ja immerhin schon weg. Ja. Ja, ich habe mich auch gerade gedacht. Ja, sehr schön, da ist er weg. Kaputt. Hast du ihn kaputt gemacht? Ja, ich habe ihn kaputt gemacht. Ich bin beim Dampf, weil du am Wasser. Okay, also ich bin jetzt beim Spawn noch. Beim Dampf, okay. Ja. Auf welcher Seite? Von in Fahrtrichtung? Äh, in Fahrtrichtung links. Okay. Ich warte jetzt mal hier am Spawn auf euch. Ja, macht das. Wir gehen gerade in die Höhle rein. Okay, dann kann ich einem von euch noch einen Eisenhelm geben. Nice. Er schaut sich die Tue an. Ich versuche mal, oder schaffst du ihn alleine? Im Normalfall. Aber ist die Höhle eigentlich eine Sackgasse, oder? Oder geht's da weiter? Das weiß ich nicht. Ich gehe da auch nie hin. Also, äh, in der Mitte waren jetzt beim Chess-Riefy war leider keiner. Die ist drin. Schade, aber... Doch, einer war drin. Echt? Ja, den habe ich aber. Das ist okay. Jetzt sonst sitzt leider nicht viel. Ja. Lol, hier ist nicht einer. Das ist das einer. Holt ihn euch. Oh, sehr gut. Da waren, äh, Chess-Dings. Eisen-Chess. Ja, ich habe sie. Und hier, hier, da. Igor. Ja, doch, Igor. Hast du auch, äh, Schuhe? Schuhe habe ich Leder leider nur. Okay. Wir schwimmen gerade zu den Gleisen. Also, da könnt ihr ihn abfangen. Okay. Warte. Ach, da ist es. Okay. Er geht zu oder Gleise? Äh, Gleise eher. Ja, glaube ich. Also, auch wenn ich jetzt sterben, sollte ich... Da, mein Gott. ...leit die Runde hoch, weil die ist eigentlich perfekt zum Hochladen. Ach, da stirbst du jetzt schon nicht. Da stirbst du nur noch nicht. Ja, ich habe ihn... Sehr schön. Sehr gut. Jetzt erst mal snacken. Ich kann nicht mehr sprinten. Oh, danke. Ach, doch. Es war doch beim Zug. Brauchst du Brot hier ein bisschen? Äh, oh. Ein bisschen. Ein bisschen. So ein bisschen. Ja. Gut. Dann ist eh gleich der Match. Jo. Ein bisschen viel. Ach, hier. Werte Sticks. Ich... Weg Eisenschwert. Ach so, ja. Ja, ich... Hier sind Sticks. Hier. Hier. Zwei Eisen. Zwei Eisen. Zwei Eisen. Zwei Eisen sind da. Craftedier. Gönne dir. Mach ich. Schaps. Sehr gut. Und auch noch ein Feuerzeug. Boxenfeuerzeug. Hat jemand bessere Rüstung? Nee, ich habe nichts. Von euch, ich habe... Äh... Hallo? Nein. Jetzt, weißt du, wir haben alle drei nur Lederschuhe. Was ist da los? Wir sind die Backstreet Boys. Oh. Ja, ich sehe... Der ist richtig, Pro. Achtung, Leute, aufpassen. Ja. Okay. Vielleicht ist er echt nicht so schlecht. Den kenne ich sogar. Echt? Ja. Der ist übel, der Pro. Ein Dreck. Oh. Ja, ich kenne ihn auch. Hast du den Kill gesteamt? Nein. Wow, er hatte aber Sachen, du. Ach so, stimmt. Er hatte keine Eisensachen, oder? Schule, Schule, Schule. Nein, er hatte keine Schule. Doch, er hatte... Die habe ich mir genommen. Nein, er hatte auch Eisenschule, die habe ich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Läuft hier, läuft hier, hey, hey, hey. Okay. Okay, äh... da war das erste Mal der Igo und ich gegeneinander würde ich sagen okay dann mache ich denke mache ich den Kommentator okay wie viele Rüstungspunkte hast du? 6 so ich habe ein Schwerst hast du auch ein Schwerststeller Dank nur Angel und Prozent ja nur Angel und Schwert nur Angel genau und Schwert geht Jo und gut also kein Feuerzeug, keine Spinnenweben, kein TAT Jo oh ich gehe da mal weg ich gehe da mal weg der Kommentator der Kommentator flieht in Angst und Schrecken die beiden die beiden fighten als wäre es ihr letzter Fight und Igor trifft ganz gut Igor trifft Igor trifft ganz gut aber Juni verweist sich zu wehren oh oh mit der Angel kriegt er hin oh mit der Angel kann er umgehen, der Freund mit der Angel kann er umgehen, der Freund oh oh ein spannender Kampf zwischen zwei Profis das kann es doch nicht sein meine lieben Leute das ist für ein spannender Kampf nein Sprintpack ey geh weg hier okay der Moderator entfernt sich von der Tribüne oh da hat er ihn hart erwischt da hat er ihn hart erwischt das war dann doch zu viel für den für den Gegner und ja jetzt geht's ab ins Finale okay so wieviel Ristungsbeginn hast du? äh drei fehlen mir okay mir auch sehr gut äh hast du Pfeile? äh ja gib mal deine her wieviel hast du? sechs okay da warte sechs das da zwei drei so okay hast du ein Feuerzeug? ja dann machen wir mit Feuerzeug okay steinschwert und ohne äh TNT und Spinnweben okay scheiße mit dem ist ja ich hab mit Eisenschwert gegen mich oh man oh das sei jetzt unfair sorry naja kein Problem hast du ein hast du ein Holzschwert? hauptsache ja das ist fair nein oh schade dann wäre der Fall ein bisschen noch länger gegangen mit dem Sword of Juniper werden wir ihn siegen mit dem Sword of Juniper werden wir ihn siegen mit Excalibur werden wir ihn siegen ja genau okay go scheiße okay los geht's wo ist er? wo bist du? sie sehen sich nicht gegenseitig? nein was ist da los? Igor ist verschwunden er ist einfach verschwunden was hat er für einen Krieg an? ich weiß es nicht ich weiß es nicht Mama Hilfe ich will nach Hause da ist er ratlos da ist er ratlos ich will nach Hause oh 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 nur noch eine Minute ihr müsst euch schicken ich will es 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 schicken Igor drauf wo bist du? da kommt er nein wow aus dem Hinterhalt aber beide geben sich gegenseitig wobei Igor bessere Kombo oder so und er spielt auch defensiv da er den Bogen auspackt und 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 er flieht oh oh alter das werden unentschieden werden was da los? was ist da los? wird ein unentschieden schnell drauf Leute oh nein oh da brennt er da brennt er da brennt er da brennt er das war mein Verderben das war mein Verderben das war mein Verderben nein wow nein richtig knapper fight oder ich weiß nicht wie viele Herzen hattest du Igor sieben oh nein hat knapp ausgeschaut oh nein egal auf jeden Fall GG nice der Kampf und ja äh Leute das war eine ganz coole Runde mit den beiden Pros hier hab ich mir eigentlich schon gedacht aber naja äh ja wenn ihr wer von Server Games sehen wollt hier auf Hive äh ich freu mich riesig was ich mir äh jetzt Premium hier gegönnt hab für immer übrigens haha äh ja dann äh können wir hier mehr damit machen mit dem Juniper oder auch mit anderen und dann würde ich sagen sehen wir uns einfach bei einer nächsten Folge haut rein macht's gut bis zum nächsten Mal und ciao 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 bis zum nächsten Mal